Begegnungsstätte in Barleben, Mittwochabend, 18 Uhr. Die Veranstaltung beginnt mit der Verteilung von Werbematerial und da hat Kim Barkmann, die Schamanin, gut zu tun, denn das kopierte Faltblatt wird schon aus Neugier gerne genommen. 70 Gäste sitzen erwartungsvoll im Raum, um zu hören, wie De Wiese Fru als Schamanin mit Menschen arbeitet. Die Schamanin ist nicht groß oder spektakulär, aber die meisten der Zuhörerinnen hängen gebannt an ihren Lippen und folgen ihrem sanften Feminismus, ohne das eine oder andere weiter zu hinterfragen. Es ist von wesentlicher Bedeutung für jede der überwiegend weiblichen Besucherinnen, wie man von vornherein zu Schamanen und ihren Dienstleistungen steht. Ist man bereit, das zu glauben, dann ergeben die Ausführungen über Heilung mit Tiefenbesprechung einen Sinn. Steht man der ganzen Sache skeptisch gegenüber, dann ist es ein leichtes, die Aussagen als Worthülsen zu zerpflücken. Das fängt schon an, dass sich Kim Barkmann in ihrer Einführung über die Christianisierung in Deutschland um schlicht 700 Jahre vertut, Aber solche Kleinigkeiten tun im Kreis der Besucherinnen an ihrer Glaubwürdigkeit keinen Abbruch. Und die Referentin hat ein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Ich bin eine unglaublich gute Lehrerin. Das ist mir in die Wiege gelegt. Ich habe schon gelehrt, als ich selbst noch ein Kind war. Und ich beherrsche alle wirklich guten Methoden. Ich habe mich immer weitergebildet. Da lag für mich eine große Faszination drin. Die Schamanen, Didaktik, Hermeneutik, die Lehre vom Verstehen. Wie vermittelt man es so, dass die Leute es hinterher auch können? Also Lehren heißt ja nicht, ich stelle mich hin und sage was und dann wissen die das hinterher. Sondern Lehren heißt, ich unterstütze das Lernen. In ihren Ausführungen unterscheidet die Schamanen immer wieder zwischen dummen und klugen Menschen. Und ihre Definition macht dann doch Hoffnung. Dummheit ist fast immer ein Symptom. Ein Symptom dafür, dass irgendwelche Kräfte blockiert sind. Also ganz oft sind die Menschen gar nicht dumm. Das scheint nur so. Sondern da sind Kräfte blockiert. Oder da sind zu viele Ängste im Spiel. Ängste machen dumm. Ängste engen uns ein. Wir trauen uns nicht mehr weiter zu gucken. Und wenn diese Ängste dann verschwinden, dann entpuppt sich da oft ein ganz heller Verstand dahinter. So einfach ist das. Und man braucht jetzt nur noch durch schamanische Rituale unterstützt, den Weg zur wahrhaftigen Selbsterkenntnis zu finden. Dann ist alles gut. Dazu ist es aber wichtig, sich die schamanische Sicht auf die Dinge und das dahinter anzueignen. Es geht dabei immer um die Harmonisierung zwischen Körper, Geist, Seele und Umwelt. Und wer das in Vollendung erreichen möchte, macht eine Ausbildung in Alt-Salzwedel. Also unsere Akademie hat einen besonders guten Ruf und gilt eigentlich als der Geheimtipp für Leute, die sich entwickeln wollen. Und das ist auch der springende Punkt. Schamane werden kann man nicht wie in der Schule. So am grünen Tisch mit ein bisschen Papier, in dem man sich reinpfeift, sich Informationen zufügt. So wird man kein Schamane. Wenn jemand viele Bücher über Schamanismus liest, wird er dadurch nicht zum Schamanen, sondern zu einem Schamanenkenner. Schamane wird man durch innere Entwicklung. Und unsere Ausbildung trägt dem ganz massiv Rechnung. Das ist für uns ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir müssen uns entwickeln als Schamane. Meine Methoden sind nur so gut, wie ich es bin. Wenn ich irgendwo eine Grenze habe, über die ich nicht gehen will, und dann kommen Klienten, die an dieser Grenze Probleme haben, kann ich ihnen gar nicht helfen. Ich muss danach trachten, meine Grenzen weiter zu stecken und weiter. Und auch meine schamanische Kraft zu erweitern. Wir sind ein Kreis von wirklichen Freunden. Wir gehen Hand in Hand. Mit ihm und dem Grund an die Kräfte der anderen erschaffen ein machtvolles Band. Erschaffen ein machtvolles Band. Lass uns unterstützen, des anderen träumen. Seht, wie seine Seele bedeigt. Denn so wird er schaffen, die Kraft eines Segens. Der fließt und auch uns dann befreit. Der fließt und auch uns dann befreit. Einen tiefen Blick in das Selbstverständnis von Kim Barkmann lässt das am Anfang verteilte Werbematerial zu. Denn Schamanismus ist schon immer ein Erwerbskonzept gewesen. Die hohen Preise werden mit der Aussage, was nichts kostet, ist dann auch nichts wert, gerechtfertigt. So wird damit geworben, dass Kim Barkmann Mitglied im Stamm der Weisen Deutschlands ist. Diesen Kreis hat sie aber selber gegründet. Und so lässt sich die weise Frau als die weibliche Antwort auf Gandalf den Grauen bezeichnen. Und der gehört ja, genauso wie das Fabelreich Mittelerde, in das Reich der Fantasie.